was gehabt meine freunde aus österreich ihr wisst bescheid freitag sechster dritter club kultur in wien und ja wie gesagt ich lade alle meine freunde aus österreich ein wir werden auf jeden fall eine hardcore party fahren ich bin live on stage und ich bin gerade hardcore borderline modus so wird mein neues album heißen und das werdet ihr auf jeden fall mitbekommen so club kultur das dach wird brennen ich freue mich auf euch alle viele grüße nach österreich alle meine jungs und mädels wir sehen uns im club kultur tis